Wenn es um Pferde und Haustiere geht, macht uns so schnell keiner etwas vor. Die Liebe zu den Tieren ist die Basis, auf der wir unsere Evalia-Produkte herstellen. Wir leben für unsere Produkte. Und so heißt es für uns, Qualität ist unser bestes Produkt und steht kompromisslos im Mittelpunkt. Wir sind uns der großen Verantwortung gegenüber unseren Kunden und deren Tieren bewusst. Als naturverbundenes Unternehmen wissen wir die Kraft von Mutter Natur wie kein Zweiter zu schätzen. Kundenzufriedenheit und Nachhaltigkeit waren von Beginn an unsere Begleiter, weshalb wir stets höchste Qualität zu einem fairen Preis anbieten. Von Großbritannien bis Zypern, von Portugal bis Russland finden unsere Produkte seit Jahren großen Anklang. Durch die beispielslose Kundentreue sind wir stolz, täglich tausende Liter Evalia-Kräutersäfte auszuliefern und dabei mit unseren ausnahmslos recycelten Verpackungen mit gutem Beispiel voranzugehen. Unsere Produkte werden von zahlreichen Tierärzten empfohlen und an der Veterinärmedizinischen Universität Wien in groß angelegten Doppelblindstudien getestet. Mit Erfolg! Sorgfältig ausgewählte zertifizierte Kräuter in Arzneibuchqualität werden von uns in Handarbeit streng nach unserem Rezept zu einem hochwertigen Unikat verarbeitet. Da unsere Produktpalette die einzige ist, die gänzlich ohne Zuckerzusatz und künstliche Konservierungsmittel auskommt, konnten wir uns als Marktführer etablieren. Naturverbundenheit und ein einzigartiges Rezept reichen aber alleine nicht aus, um ein Produkt perfekt zu machen. Erst unsere Mitarbeiter machen uns zu dem, was wir sind. Unsere Mitarbeiter überprüfen in präziser Handarbeit jeden einzelnen Rohstoff, die Produktionsabläufe und das fertige Produkt bis hin zur Auslieferung. Erst die Leidenschaft, die Sorgfalt und das Wissen unserer Mitarbeiter vollenden unsere Produkte. Natürliche, hochwertige und leistbare Produkte, die bei maximalen Tierwohl die Umwelt nicht zusätzlich belasten. Das ist die Mission von Evalia. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelungszeichen von cure encant Mercedes gente